Hallo liebe Freunde, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und ich habe für euch eine Überraschung. Boile! Das ist meine Schere, meine Kätzchen und ihr Söhnchen Brüß. Brüß ist 25. August bei uns geboren und jetzt Brüß ist ein wunderschöner Kater mit Papieren, mit Stammbaum, geimpft, gechippt und er sucht auch nach neuem Zuhause. Er ist charakterlich sehr, sehr gut und vor allem er mag im Moment Quark. Er hat wunderschöne Fell, so glänzig und so schöne Muster, das ganz ehrlich, ich würde gerne ihn behalten, aber kann ich nicht. Ich habe zwei Kätzchen, eine Schwester und eine Mutter und natürlich ihn kann man lassen nur kastriert, aber er ist ein guter Kater für weitere Zucht. Das will ich unbedingt nicht machen, darum, ich bin bereit zu teilen. Brüß sucht nach neuem Zuhause und wie habe ich schon gesagt, er kann als Lieblings Zuhause leben, aber kann auch, er kann teilnehmen in weiteren Zucht. Wir zeigen jetzt noch, wie Brüß spielt, wie er ausschaut, seine Fotos und wenn ihr an Brüß Interesse habt, kontaktiert mich. Ich beantworte mehrere Fragen und zeige mehrere Bilder. Wie immer, ich garantiere persönliche Lieferung nach Deutschland und alle Papiere dabei, das funktioniert wie immer. Wer hat von mir schon einen Hund gekauft, der kann bestätigen und Bewertungen gibt es auch bei meinem YouTube-Kanal. Bis bald! 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 Bis zum nächsten Mal.